Grüß Gott, Lämilander und Servus zu Matchday 6, die sechste Ausgabe von Matchday, den Fußballpodcast aus dem Ländle, sprich die Ausgabe zum sechsten Bundesligaspieltag der Saison 23-24. Ich bin der Tim und habe heute den Florian nicht mit dabei. Nee, ich sitze hier ganz alleine vorm Mikro, grillen zu rücken, wenn ich hier anfange irgendwas zu fragen. Keine Antwort, weil niemand da. Stimmt nicht so ganz, der Florian hat mir zu jedem Spiel tatsächlich eine kleine Audio gemacht, zumindest zu jedem wichtigen, nennenswerten Spiel. Oder ich muss mal nachgucken, es sind ja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Audios. Das heißt, zu einem Spiel haben wir nichts, welches weiß ich gerade gar nicht auswendig. Aber ich glaube zu Mainz, nee, Devakusen haben wir hier. Ah, okay, hier gibt es in einem Audio gibt es 2 Spiele. Aha, okay, ich würde sagen, wir gehen da einfach mal der Reihe nach ein bisschen durch. Sonst machen wir das ja so, dass wir die 11. Woche durchgehen vom Kicker und da ein bisschen über die Spieler sprechen. Wir gucken jetzt einfach mal, wie schnell wir hier durchkommen. Wenn das die Zeit quasi mit sich bringt, dann gehe ich vielleicht auch nochmal kurz in aller Schnelle, in aller Kürze über die 11. Woche drüber. Aber jetzt gehen wir tatsächlich mal dann doch nochmal anders an die Sache ran und gehen Spiel für Spiel durch. Wenn wir das zu zweit aufnehmen, haben wir es ja inzwischen so, dass wir die 11. Woche durchgehen. Jetzt will ich aber gar nicht mehr so viel drum herum reden. Fangen wir doch direkt mit dem ersten Spiel an. Das ist das Spiel von der TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. Das war das Freitagsspiel. 1 zu 3 ging das aus, also für Borussia Dortmund. Und dann hören wir doch einfach mal rein, was der Florian dazu zu sagen hat. Ich habe die Audios, muss ich zugeben, davor noch nicht gehört. Das heißt, ich lasse mich hier auch komplett überraschen und antworte dementsprechend dann auch spontan darauf und ergänze auch noch das, was mir so zum Spiel einfällt. Das heißt, ich habe jetzt nicht mir im Vorfeld schon Gedanken über Florians Aussagen gemacht, sondern es kommt jetzt dann meine Reaktion darauf, alles spontan. Nur mal so viel zu dieser Info. So, dann hören wir uns doch mal an, was der Florian zum BVB-Spiel zu sagen hat. Nach einem sehr verwirrenden Freitagabendspiel kann man sagen, Dortmund hat sich wieder ein bisschen gefangen. Mit ein bisschen aggressiverem Spielstil, was auch zu einer roten Karte, einem Elfmeter und ein paar mehr Fouls geführt hat. Aber auch mit ein bisschen mehr Mut haben sie es geschafft, auch mal ein paar Tore zu schießen und den Weg nach vorne zu finden. Und ja, damit geht mein Tipp für das 3-1, was ich eine Stunde, bevor das Spiel angefangen hat, getippt habe, vollkommen auf. Und ja, Hoffenheim hat gut dagegen gehalten, aber BVB ist jetzt Standfreitag Spätabend Tabellenführer. Ja, okay, Stand Montag Spätabend, also Stand nach diesem Spieltag, sind die Dortmunder dann doch auf Platz 4, weil die Bayern Stuttgart und Leverkusen noch ein bisschen mehr Punkte haben. Bayern hat nicht mehr Punkte, aber ein besseres Torverhältnis. Ja, also erstmal Glückwunsch Dortmund, muss man schon anerkennen, dass sie dann doch 3-1 gegen Hoffenheim gewinnen. Auch dann zum Teil in Unterzahl, ich habe es jetzt nicht live gesehen, aber aus Zusammenfassung und Ticker und so ging quasi hervor, dass eigentlich das ein bisschen glücklich war und dann spät halt das 3-1 noch viel. Ich hätte im Vorfeld gedacht, also Florian hat ja gesagt, er hat 3-1 getippt sogar. Ich hätte sogar, oder ich habe sogar für Hoffenheim getippt, weil ich dachte wirklich, dass die Hoffenheimer in der Verfassung diese Dortmunder, die zwar jetzt gewonnen haben und den eigentlich Negativ-Saisonstart abgewendet haben, noch bevor der passieren konnte sozusagen, nach diesem 2-2 in Heidenheim, da haben sie danach dann doch wohl die richtigen Schlüsse gezogen und holen jetzt Punkte. Aber ich hätte trotzdem gedacht, dass die Hoffenheimer irgendwie mit ihrem Lauf die Dortmunder da eher zu so einem knappen Sieg für Hoffenheim sozusagen zwingen können. Ja, hätte dann nicht sollen sein, 3-1 für Dortmund, muss man dann halt, oder muss ich leider anerkennen, sagen wir es mal so, dass die Dortmunder da dann doch den Negativ-Start ein bisschen abgewendet haben. Einzige, was mich jetzt an der Sache freut, so haben sie Ja, Leipzig überholt, das ist so vielleicht das Positive, was man daraus ziehen kann, weil Leipzig ja dann auch gegen die Bayern nicht gewonnen hat, da kommen wir noch dazu. Ja, spielerisch kann ich da jetzt nicht ins Detail gehen, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen. Aber ja, ist auch nicht das Spiel gewesen, das in meinem Fokus liegt. Wenn der BVB gewinnt, dann interessiert mich das meistens dann nicht mehr so. Wenn sie verlieren, dann gucke ich es mir 100 Mal an. Ja, ich habe es dann aber nur auf YouTube und auch im Sportstudio am Samstagabend gesehen, im ZDF und ja, war schon dann, also muss man vielleicht sagen, Dortmund scheint es ja irgendwie hinzukriegen. Ich bin mal gespannt, wie das dann im weiteren Verlauf der Saison gehen wird. So, nächstes Spiel, wo wir mal reinhören, würde ich sagen, sind gleich zwei Spiele. Da hat Florian ein Audio gemacht mit Frankfurt und Leverkusen, das heißt mit Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt, 2 zu 0 für Wolfsburg und FSV Mainz 05 gegen Bayer Leverkusen, 3 zu 0 für Leverkusen. Hören wir mal rein, was Florian dazu zu sagen hat. An dieser Stelle möchte ich gerne zusammenfassen und zwar das Spiel von Mainz gegen Leverkusen und Frankfurt gegen Wolfsburg lässt sich sehr, sehr kurz eigentlich abkürzen oder sehr, sehr schnell abkürzen und zwar, ja, Mainz kriegt nichts auf die Kette und Leverkusen ist einfach viel zu stark und ja, Wolfsburg läuft da auch einfach ganz einfach drüber mit dem 2 zu 0 und ja, man hat jetzt nichts anderes erwartet. Frankfurt ist einfach komplett nicht anwesend in der Liga und deswegen würde ich das auch eher kurz fassen. Ja, ich gehe auf beide Spiele nochmal einzeln ein, also Mainz gegen Leverkusen sehe ich ein bisschen anders, also ja, das Ergebnis spricht natürlich für Leverkusen ganz deutlich, 3 zu 0. Mainz bekommt auch nichts auf die Kette, aktuell Tabellenletzter mit einem Punkt, minus 13 Tordifferenz, Punkt gleich mit Köln, die haben eine bessere Tordifferenz, die haben nur minus 7. Jetzt ist es halt so, die Mainzer haben in dem Spiel speziell eigentlich ganz gut gespielt. Nur Leverkusen hat extrem effizient drei Buden gemacht, hat das 1 zu 0 dem Mainzer zu verdanken Sepp Vandenberg, der da, ja, ins Eigentor macht. Er musste allerdings seinen Fuß da irgendwie hinhalten, weil hinter ihm stand eigentlich Bonny Face bereit, einschussbereit, der dann aber dem das Tor nicht vergönnt war, sondern Vandenberg kriegt es als Eigentor, weil der Ball dann doch ins Eck geht und nicht am Eck vorbei oder am Foschen vorbei. Und dann, Mainz hat eigentlich gar nicht so schlecht gespielt, aber dann ist 2 zu 0 gefallen, dann ist 3 zu 0 gefallen und irgendwann ging halt auch nichts mehr. Letztendlich war das für das, dass es gegen Leverkusen ging, eigentlich eine ganz gute Vorstellung von Mainz. Das Ergebnis spricht allerdings doch wieder deutlich für Leverkusen. Und gerade das, dass Leverkusen so ein Spiel, wo sie jetzt nicht dauerhaft besser sind spielerisch, dann 3 zu 0 gewinnen, so easy gewinnen quasi, ja, das zeigt, dass Leverkusen vor allem für Bayern da oben und auch für die anderen, die da oben mitspielen, extrem gefährlich werden kann, diese Saison zumindest mal sich extrem, sicher extrem lang da halten kann und je nachdem, was die Bayern halt machen, da sicherlich ein Wörtchen im Titelkampf mitreden kann. Ja, bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie es weitergeht. Wolfsburg-Frankfurt, 2 zu 0 für Wolfsburg, wie gesagt, zwei Abpraller von Trapp, kann man ihm jetzt zum Teil auch nicht vorwerfen, gerade der Elfmeter, den er halt irgendwie hält und dann prallt er aber wieder zurück zum Elfmeterschützen, der den dann einschiebt, Wind war das wieder. Ja, Frankfurt, ich weiß auch nicht, ich glaube, die Defensive macht es gar nicht so schlecht. Vorne treffen sie halt nichts und dann kassieren sie doch die Tore. Ich glaube, das Problem bei Frankfurt liegt vor allem halt im Angriff, dass da keine Tore fallen, wie auch ohne gescheiten Stürmer, sage ich jetzt mal, Boré nach Bremen verliehen und Colomoni, wir kennen die Geschichte, nach Paris und da keinen wirklichen Ersatz geholt. Vielleicht ja dann Gerasi im Sommer oder so. Gerasi hat ja jetzt, kommen wir bestimmt auch noch mal dazu, wenn wir über den VfB sprechen, aber fällt mir gerade so ein, Gerasi hat jetzt gesagt, er wird die Saison zumindest auf jeden Fall mal zu Ende spielen beim VfB. Allerdings, wir kennen das ja, Fußballer, die machen gerne mal eine Aussage und einen Tag später passiert genau das, was sie gestern noch verneint haben. Aber, ja, soweit sind wir noch nicht. Bisher steht die Aussage von Gerasi, dass er die Saison auf jeden Fall komplett spielt und nicht zur Hälfte dann geht. Mal gucken. So, das mal zu den zwei Spielen. Viel mehr habe ich da auch nicht zu zu sagen. Frankfurt trotzdem noch auf Platz 9, also jetzt nicht im Krisengebiet unten drin, wo ich sie eigentlich eher sehen würde. Aber vielleicht interessant, punktgleich mit Aufsteiger Heidenheim. Beide haben sieben Punkte nach sechs Spielen. Heidenheim hat ein minimal schlechteres Torverhältnis. Minus drei, Frankfurt minus eins. Genau. Und zum Thema Aufsteiger würde ich sagen, machen wir direkt mit einem anderen Aufsteiger weiter. SV Darmstadt 98 gegen Werder Bremen. 4 zu 2 gewinnen die Lilien zu Hause. Viermal scheint die Sonne in Darmstadt. Gegen Bremen 4 zu 2. Und da hören wir uns auch wieder an, was der Florian dazu sagt. Wo ich fast meinen Augen nicht glauben konnte, war bei dem 4 zu 2 von Darmstadt gegen Bremen. Das angefangen hat mit einem 4 zu 0 für Darmstadt. Also die haben wirklich richtig aufgedreht. Waren vielleicht auch ein bisschen dem zu schulden, dass Bremen nicht darauf bereit war. So sie sich besser vorbereiten hätte müssen. Auf dann auch mal aggressive Darmstädter, die richtig abgehen. Und ja, aber umso besser für Darmstadt, dass ja auch mal so ein Sieg einfahren gegen Bremen, die eigentlich ganz gut dabei waren. Ja, gibt auch Hoffnung, dass sie nicht ganz so hinten abfallen, wie zum Beispiel Frankfurt. Ja, waren auch ein sehr cooles Spiel. Ja, ist witzig. Vom Gefühl her ist für mich Frankfurt eigentlich auch abgefallen. Aber Frankfurt hat, wie gesagt, 7 Punkte auf Platz 9. Darmstadt steht dann doch mit nur 4 Punkten auf Platz 15. Allerdings sind das 4 sehr wichtige Punkte, weil viele haben ja auch Darmstadt als die Mannschaft gesehen, die da hinten abgehängt quasi drin ist. Das sind jetzt im Moment Köln und Mainz. Die sind noch nicht wirklich abgehängt, aber zumindest mal sind sie die, die damit einen Punkt auf den beiden Abstiegsplätzen stehen. Ja, Darmstadt auch sehr spannend. Dann wird wahrscheinlich knapp im Abstiegskampf, aber wird spannend zu beobachten sein, wie die das halten können. Jetzt zu Hause mal gewonnen. Ich glaube, für Darmstadt sind auch vor allem zu Hause Siege drin. Ich glaube, Auswärts werden sie schwer haben. Bremen kann ich mir halt einfach auch nicht so richtig erklären. Die machen es eigentlich ganz gut, aber jetzt auch nicht der große Wurf. Die werden wahrscheinlich, so wie sie gerade auch auf Platz 12 sind, im Mittelfeld rumdümpeln, weil dann wird es mal einen Sieg geben wieder und dann verliert man mal doch wieder. Witzig, haben sie jetzt 4-2 in Darmstadt verloren beim Aufsteiger. Beim anderen Aufsteiger in Heidenheim haben sie auch 4-2 verloren in Heidenheim. Also sie scheinen gerne 4-2 bei Aufsteigern zu verlieren. Ja, vielleicht hat es ja irgendeinen Sinn. Vielleicht ist es ja Taktik. Mal ganz blöd gesagt. Nee, aber Spaß beiseite. Ich glaube, diesmal hat tatsächlich kein Ex-Bremer getroffen, weil, glaube ich, bei Darmstadt auch kein Ex-Bremer spielt. Ist natürlich dann auch einfach, dass dann kein Ex-Bremer trifft. Ja, aber mal unabhängig davon. Ja, auf jeden Fall bin ich gespannt, was Darmstadt diese Saison eben noch bereithält. Ob die da jetzt dann wirklich die Chance haben, die Klasse zu halten. Wie gesagt, es wird darauf ankommen und gerade gegen solche Gegner wie Bremen muss man halt Punkte holen. Wenn wir jetzt mal auf die letzte Saison gucken, dann kann man natürlich sagen, ja, gegen so Mannschaften wie Stuttgart müsste man auch Punkte holen. Aber so wie Stuttgart halt einfach abgeht, ja, muss man einfach sagen, dass das nicht damit zu vergleichen ist mit dem Stuttgart von vergangener Saison. Ja, also, deswegen würde ich das nicht als Referenz nehmen. Und es war auch in Stuttgart, da wo man 3-1 verloren hat. Auch da war es kein so schlechter Auftritt. Zu Hause hat man ja schon gegen Gladbach irgendwie gezeigt, dass eigentlich was geht. Hat man 3-0 gegen Gladbach geführt, bis die rote Karte kam. Und hier jetzt halt eben mit voller Stückzahl quasi mit allen elf Spielern bis zum Schluss dann Bremen 4-2 weggehauen. Also, Darmstadt kann auf jeden Fall Tore schießen. Daran wird es nicht scheitern. Frage wird halt sein, wie läuft es dann gegen wichtige Gegner. In dem Fall ist es gut gegangen. 4-2. Starker Auftritt gegen Bremer, die da nochmal drüber nachdenken müssen, aber die jetzt bisher auch nicht die krass schlechte Saison gespielt haben. Also vielleicht war es auch nur ein Ausrutscher. Wie gegen Heidenheim. Heidenheim war da aber in dem Spiel da auch extrem gut. Ja, extrem gut war vielleicht nicht, aber zumindest mal besser als Augsburg waren die Freiburger an diesem Wochenende. Das zweite Sonntagsspiel. 2-0 für Freiburg zu Hause gegen den FC Augsburg. Was sagt Florian? Für den netten Christian Streich gab es dieses Wochenende endlich mal was Unangeschränktes zu feiern. Nämlich das 2-0 gegen Augsburg. Und ja, einfach überzeugend über die Bühne gebracht. Und vielleicht hat der Trainer ja auch einen sehr großen Einfluss, denke ich mal, dass man sich auch wiederholt und gut dabei ist. Und das freut mich sehr, weil ja, Freiburg spiele ich immer gut mit. Und hat auch so manchen Spieler, der, sag ich mal, aus meiner Sicht mir auch sehr gefällt. Und ja, bedeutet für mich, Freiburg hat doch noch die Chance, so ein bisschen die Ambitionen dann auch nach Europa. Auf jeden Fall haben jetzt hier die Frankfurter überholt, sind drei Punkte vor Frankfurt auf Platz 8. Also zweistellig zehn Punkte haben sie und klopfen da auch an an den europäischen Plätzen. Haben so ein bisschen die kleine Mini-Negativ-Serie beendet. Haben ja vergangenes Wochenende schon 0-0 gegen Frankfurt gespielt. Dieses Wochenende gab es wieder kein 0-0. Also das bleibt bisher das einzige torlose Unentschieden der Saison. Diesmal relativ souverän, 2-0 gegen Augsburg. Die Augsburger hatten allerdings auch ein paar Chancen und kurz vor Schluss noch ein Tor, wo dann aber Sven Michel mit dem Fuß im Abseits war. Zurecht wurde das Ding zurückgenommen. Schade eigentlich, ich habe 2-1 getippt. Das wäre nämlich genau mein Tipp gewesen. Aber für Freiburg macht es keinen Unterschied. Drei Punkte, in dem Fall zu 0 gespielt. Und ja, mit guten Spielern und tollen Spielern sprichst du bestimmt auch, also jetzt an Florian gerichtet. Spricht er bestimmt auch Vincenzo Grifo damit an. Vincenzo Grifo auch wieder ein super Spiel gemacht. Hat das 1-0 durch Elfmeter erzielt. Und das 2-0 für Lienhardt vorbereitet. Nach einer Ecke trifft Lienhardt per Kopf. Der hat bisher, glaube ich, alle seine Tore per Kopf erzielt. Nach einer Ecke. Auch eine interessante Statistik. Ich meine, es waren zwölf oder sowas von Lienhardt. Also da sieht man wieder unsere richtig krassen Recherche-Skills. Ne, es sind tatsächlich elf Tore in der Bundesliga, die er bisher geschossen hat. Und die alle per Kopf nach einer Ecke. So zumindest hieß es in der Zusammenfassung der Sportschau. Genau, freue mich auch für Christians Schreich, für Freiburg. Ich sehe es jetzt natürlich nicht ganz Ländle, sondern halt eher Baden. Aber ich glaube für Freiburg, die kann man schon mal sympathisch finden. Ist ja nicht Karlsruhe, gell. Ist ja nur Freiburg. Und sie sind ja auch noch ein paar Plätze hinter Stuttgart. Also Achter, Stuttgart auf Platz 2. Also das ist schon ein kleiner Unterschied. Ja. Ich wollte gerade sagen, apropos Ländle. Aber ich glaube, ein Spiel machen wir noch, bevor wir ins Ländle gehen. Und zwar Bochum gegen Borussia Mönchengladbach. Da gewinnt Gladbach 3 zu 1 in Bochum. Ja, viel Wirbel um das Spiel. Viel Nachspielzeit, weil es auch Pyrotechnik zwischendrin gab. Die Feuerwehr musste löschen und so weiter. Aber da ich nicht weiß, was Florian jetzt alles erzählt, will ich da auch nichts vorwegnehmen. Hören wir doch einfach mal rein direkt. Im Spielverlauf wenig überraschend. Und auch meiner Erwartung nach gewinnt Borussia Mönchengladbach sehr überzeugend mit 3 zu 1 gegen den VfL Bochum, der ja sowieso manchmal sich ein bisschen aufbäumen kann, aber leider doch auch in so einem Match in der Underdog-Rolle ist. Und ja, also Mönchengladbach hat echt überragend gespielt, vor allem im Vergleich zu Bochum, die nicht wirklich was auf die Reihe bekommen haben. Ja, Mönchengladbach mit dem ersten Sieg. Und Bochum kommt nicht wirklich so, ja, irgendwie auch nicht viel besser in die Saison rein, weil es von mir so weit erwartet. Ja, aber zeigt auch, dass Mönchengladbach dann auch mal gewinnen kann. Und vielleicht nicht unbedingt dann irgendwelche Niederlag-Serien dann wieder anfängt oder weiterführt. Ganz genau. Und eine Serie beendet hat auch Plea. Der hat jetzt endlich seine Torlosserie beendet. Trifft sogar doppelt gegen Bochum. Und es stand ja noch vor der Halbzeit 3 zu 0. Hätte auch noch viel, viel höher stehen können für Gladbach. Also definitiv da Gladbach deutlich mehr auf der Höhe und Bochum wieder sehr verloren, ähnlich wie in München. Gladbach konnte da jetzt allerdings nicht die 6-7 Tore draus machen, sondern halt eben nur 3. Und nachdem er das 3 zu 1 fiel, kam bei Bochum so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen frischer Wind auf. Und dann haben sie auch noch mal am 3 zu 2 geschnuppert, viele gute Abschlüsse gehabt. Da war dann Gladbach irgendwie auf einmal ein bisschen so hinten reingedrückt, hat es nicht mehr so richtig ins Spiel gefunden. Und Bochum war so in dieser 3-1-Euphorie drin, komm, wir können es noch schaffen, weil Gladbach den Sack vorher nicht zugemacht hat. Dann ist in der Nachspielzeit tatsächlich noch das 3 zu 2 gefallen. Das wurde aber dann wieder zurückgenommen, weil der Torwart vorher weggecheckt wurde, kann man sagen. Es war auf jeden Fall ein berechtigtes Foul, das dann nach Videoschiri Eingriff gegeben wurde. Auf Videoschiri gab es auch wieder so ein paar Situationen, aber da habe ich jetzt gar keine Ausdauer, drüber zu sprechen. Ich sage nur zum Videoschiri, warum kündigen die groß an, dass sie nur klare Fehlentscheidungen, und da sehe ich so, es mag eine Toleranzgrenze geben, so bis 80% vielleicht, also eine Situation, die man zu 80% geben muss, oder mehr natürlich, die muss natürlich, oder nicht geben muss, also eine zu 80%ige Fehlentscheidung, oder mehr, muss natürlich dann der Videoschiri eingreifen, dafür haben wir ihn, aber gerade bei so 50-50-Dingern, wenn der Schiri das halt so pfeift, dann hat er es halt so gepfiffen. Ich finde es so, es wird so schnell der Videoschiri hergezogen, bei Situationen, wo ich mir denke, muss man halt vielleicht mit der Schiri-Entscheidung leben, weil es halt eben eine 60-40- oder 50-50-Entscheidung ist. Da kann man jetzt nicht sagen, okay, da muss er eingreifen, sondern da muss man halt sagen, okay, das ist dann die Auslegung des Schiedsrichters, und selbst wenn der Schiri irgendwas nicht gesehen hat, wenn es keine klare Fehlentscheidung war, klare Fehlentscheidung, dann hat dieser blöde Videoschiri, Entschuldigung, nicht einzugreifen. Das nervt einfach nur, dass er nochmal irgendwas checkt, dass er sagt, Schiri, Moment kurz, ich gucke es mal kurz an, ob es was war, okay, dann wartet mal kurz 10 Sekunden, im Idealfall, vielleicht auch mal 20, 30, wenn es was Kniffliges war, aber wenn der Videoschiri dann keine klare, also es darf ja eigentlich gar nicht so lange dauern, also Abseitschecken von mir aus, da kann man ja nicht die Linie ziehen, wenn es mal länger dauert, okay, aber gerade so Fouls oder sowas, wenn es länger dauert als 30 Sekunden maximal, eigentlich nicht mal, wenn es länger dauert als 20 Sekunden, dann kann die Entscheidung nicht so klar sein, dass man sie ändern muss, finde ich. Also, ja, aber gut, Videoschiri, eigenes Thema, Bochum-Gladbach, dann doch klar für Gladbach 3 zu 1, hat dann das Ganze nicht mehr, oder die Bochumer nicht mehr zurückkommen lassen, nachdem die Bochumer so ein bisschen da auf Wind geschnuppert haben, und jetzt der die Sager, kann man endlich mal ins Ländle, und zwar nach Heidenheim, auf die Alb, wo Union Berlin, der Champions League Teilnehmer, zu Gast war, und dort 1 zu 0 verloren hat, das heißt, die Heidenheimer wieder mal mit einem Sieg, ja, Florian, was gibt es dazu von dir? Ja, wir haben einen Überraschungssieger, diesen Spieltag, und zwar handelt es sich um den 1. FC Heidenheim, eine von unseren Favoritenmannschaften, die mit 1 zu 0 gegen den, jetzt vielleicht ehemaligen, Titelkandidaten Union Berlin gewinnen, und ja, soweit ich das jetzt gesehen habe, und mitbekommen habe, und mein Eindruck ist, ging da schon ordentlich was ab, also Torchancen hat Heidenheim ja eigentlich immer, und fußballerisch war es jetzt kein Highlight, vor allem, weil Union Berlin natürlich jetzt nichts unbedingt daraus gemacht hat, aus ihrem, ja, Favoritenstatus, und ja, leider sind sie ein bisschen am Schwächeln, habe ich so das Gefühl, aber umso, ja, umso mehr happy bin ich jetzt, dass Union, nee, Heidenheim 1 zu 0 gewonnen hat, und natürlich unser Beste, da auch das Tor gemacht hat, wie immer, schön von ihm ein Tor gemacht, und ist er eigentlich jetzt in jedem Spiel, mit Kleindienst, der auch einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, da eigentlich immer der Tor garant, und es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Hoffnung, für die nächsten Spieltage, und ich glaube, da lohnt es sich, dran zu bleiben. Ja, definitiv, also, ich werde jetzt mal sagen, Heidenheim, ich, ich, natürlich mit so viel Euphoriebrille aus, ähm, aus, hier, aus dem Ländle, äh, natürlich gehofft, dass es irgendwie so läuft, in die Richtung, mir auch gedacht, okay, die werden es schon irgendwie schaffen, die werden nicht der Absteiger sein, der da ganz unten drin hängt, äh, der Aufsteiger sein, meine ich, der da ganz unten drin hängt, mit dem Abstieg, ähm, bewahrheitet sich bis jetzt, also sie zeigen, dass sie da auf jeden Fall mithalten können, auf jeden Fall im Mittelfeld, sind, sind jetzt auf Platz 10, und, ähm, ein Punkt, äh, vor Union Berlin und Werder Bremen, ja, Union Berlin, natürlich auch so eine Mannschaft, die ich eigentlich sehr sympathisch finde, äh, finde ich auch jetzt noch sympathisch, also hat nichts mit der Niederlage zu tun, in dem Fall war ich halt dann doch für Heidenheim, aufgrund des Ländles hier, aufgrund vom Ländle, weg am Ländle, so, äh, äh, aber Union, hatte auch wieder viele Chancen, trotzdem, Heidenheim aber auch, und letztendlich, er hätte es vielleicht auf 4-3 für Heidenheim ausgehen können, oder sowas, aber dass dann natürlich Beste, wieder den Freistoß da rein zimmert, genial einfach, also der hat jetzt gerade erst das Tor des Monats bekommen, für seinen Freistoß im ersten Heimspiel, ähm, von Heidenheim in der Bundesliga ever, den hat er ja auch so schön in den Winkel gehauen, auch wenn dann Hoffenheim am Ende noch gewinnen konnte, ähm, jetzt haut er wieder so ein Ding da oben rein, an links oben in Winkel, an die Latte, so, dass er aber direkt ins Tor geht, einfach ein wunderschöner Treffer, und, ja, wenn er so weitermacht, kriegt man hier alle paar Spiele, ein bestes Traumtor, vielleicht will er, hat er auch die Challenge, dass er jeden Monat des Tor des Monats abstaubt, ähm, ja, das Zweite in Folge, da hat er sich jetzt auf jeden Fall damit beworben, für das Tor des Monats, im, September, das Spiel war ja noch am Samstag, jetzt haben wir schon Oktober, das heißt, kommendes Wochenende kann er direkt nachliefern, für Oktober, genau, ja, freue mich sehr für Heidenheim, dass sie da, ähm, auf jeden Fall wichtige Punkte sammeln, gerade gegen den Schwächeln des Union, hoffe natürlich aber auch, dass Union in den kommenden Wochen auch sie wieder ein bisschen fängt, ähm, andererseits, ich glaube auch in der Liga ist der Anspruch von Union nicht wieder um die Champions League mitzuspielen, ich glaube, die wollen halt eine einigermaßen gute Saison spielen, äh, die sind da immer noch auf dem Boden geblieben, auch wenn sie jetzt bessere Spieler haben, und ich denke mal, wenn die nachher im oberen Mittelfeld sind oder so, sind die auch zufrieden, die haben jetzt nicht den Anspruch wieder da oben rein zu gehen, wenn es natürlich dann klappt, freut man sich, aber mit dem Abstieg, glaube ich, möchten wir trotzdem auch nichts zu tun haben, also ich bin gespannt, ich glaube jetzt nicht, dass Urs Fischer da groß wackelt, ähm, als Trainer, und ja, auch so ein Lauf beendet mal wieder, beendet sich mal wieder, vielleicht der Schock gegen Praga in der Champions League, äh, jetzt will ich nur, dass ich kein, kein Käse erzähle, nochmal kurz nachgucken, ob das wirklich Praga war, gegen diese, ähm, in der Champions League jetzt spielen, tatsächlich, Sporting Praga, ich habe es richtig im Kopf gehabt, Dienstag, 18.45, also am, äh, dritten, zehnten, am Tag der Deutschen Einheit, vielleicht geht da ja was, mal gucken, und dann geht es in der Bundesliga gegen Dortmund, das wäre natürlich was, wenn sie da das Ruder wieder rumreißen können, das würde mich natürlich sehr freuen, äh, als alter Münchner, und ich glaube, das ist doch eine ganz gute Überleitung, zum nächsten Spiel, die Bayern, zu Gast in Leipzig, 2 zu 2, geht das Ganze am Ende aus, da habe ich natürlich viel zu sagen, mal gucken, wie viel Florian dazu, äh, hier beisteuert. Ein sehr aufregendes Spiel, und sehr spannendes Spiel, konnte man beim FC Bayern und Leipzig sehen, wo ich aber natürlich Tim ein bisschen mehr reden lassen möchte, mein Eindruck war nur, dass man sieht, das sind zwei Mannschaften, die recht ebenbürtig sind, und man von denen auch erwarten kann, dass sie wirklich dann auch oben mitspielen, nicht so wie Union, die so ein bisschen, ja, hinterherhinken, und nicht so mega gut sind gerade, ähm, aber ich glaube, da kann Tim ganz, ganz viel sagen, weil er es auch mit Leib und Seele live verfolgt hat, und sein Puls bestimmt auch sehr hoch geschlagen hat. Boah, absolut. Ich versuche das mal durchzugehen. Ähm, ich schalte das Spiel ein, und will Bayern sehen, die es anders machen, als im Supercup, als in diesem vorletzten Bundesligaspiel, die jetzt endlich mal zeigen, dass Leipzig ein deutlich schlagbarer Gegner für die Bayern ist, haben eine gute Aufstellung, es geht eigentlich ganz gut los, muss sie alle direkt mit, eine riesen Chance, frei vom Torwart, macht ihn nicht, und ich sagte schon mal voraus, ist natürlich meine kleine Torwart-Sicht, die ich da habe, ähm, wenn der Stürmer den nicht macht. natürlich fällt dadurch kein Gegentor, aber es hätte da auch schon 1 zu 0 stehen können, und, ja, merkt es euch mal, ich sage da gleich noch was dazu. So, dann, ähm, ja, die Leipziger immer wieder mit Nadelstichen, die Bayern haben das Ganze eigentlich im Griff, aber kommen auch nicht wirklich zu großen Torchancen, sondern spielen sich eher einen Ball hin und her, und dann setzt halt Leipzig mal den Nadelstich, es war wirklich ein Zentimeter, ein Millimeter, kein Abseits, aber es war richtig entschieden, weil die Schulter von Minje, ähm, den, äh, Abseits, ähm, das Abseits aufhebt, und so kann Leipzig dann das 1 zu 0 erzielen, Ulreich am Ende auch eigentlich chancenlos, weil Minje nochmal abfälscht, und somit dann da Ulreich, ähm, ja, eigentlich keine Chance lässt, weil, äh, ja, der Ball halt direkt, ähm, nach dem Schuss von Minje nochmal so abgefälscht wird, dass Ulreich einfach schon, äh, falsch unterwegs war sozusagen, also in dem Fall kein Vorwurf an Ulreich, ähm, dann kommt natürlich eine Ecke, äh, kurz danach, die es nicht hätte geben dürfen, weil es ein Abstoß war, aber ja, also das nimmt der Videoschiri nicht zurück, die Regel ist ja schon von Anfang an klar, da gab es auch bisher keine, ich sag mal, Ausdehnung dieser Regel, da hält sich der Videoschiri Gott sei Dank schräg dran, in dem Fall war es natürlich blöd, aus Bayern-Sicht, aber in der Regel finde ich das schon gut, weil einen Eckball kann man natürlich dann noch verteidigen, es war eigentlich ein Abstoß, es gab dann trotzdem Eckball und Ulreich segelt halt unten durch, ähm, dann schaltet Leipzig schnell und nutzt es aus, 2 zu 0, ähm, tut mir immer so ein bisschen weh, wenn das Ulreich passiert, also generell, wenn es Torhüdern passiert, auch als Kobel beim BVB, da gegen Bayern über den Ball schlägt, ähm, es tut als Torwart immer ein bisschen weh, ja, fühlt man immer ein bisschen mit, weil, da komme ich halt eben zu diesem Punkt, ich habe aus Interesse einfach mal in der Halbzeit auf Insta, äh, den Post von Bayern anguckt und drunter stand dann sowas wie Ulreich out, we need neuer back und so weiter und Ulreich geht da gar nicht und sowas, während er davor eigentlich immer ganz solide Spiele gemacht hat, es fliegt da einmal unter einer Ecke durch, ich meine, mir ist das jetzt auch wieder passiert in der Kreisliga, aber gut, ich spiele halt auch Kreisliga, da darf man auch mal unter dem Freistoß durchfliegen, äh, ne, sollte man nicht, aber, ähm, ja, gerade in der Bundesliga sollte man es erst recht nicht, deswegen, ja, natürlich bitter, natürlich fällt dann das 0 zu 2, aber ich finde es eigentlich gleichwertig mit diesem Musiala, der frei vorm Torwart steht und nicht trifft, war auch gut gehalten von Blaswig, ja, der den Fuß ausfährt, aber eigentlich gleichwertig wie ein Torwartfehler, so, es war natürlich kein Fehler von Musiala, es war halt ein Schuss, der gehalten wurde, aber er muss halt, wenn er frei vorm Torwart steht, das Ding eigentlich machen und dann steht es 1 zu 0, was ich in den Kommentaren unter dem Insta-Post nicht gefunden habe, war irgendjemand, der sagt, Musiala out und so weiter, äh, oder, oder, oder was für ein Fehler von Musiala und so weiter, warum macht Musiala den nicht oder so, habe ich nicht gelesen, ich habe nur gelesen, äh, Ulreich, was war mit Ulreich, so, das ist natürlich, also, ich kenne das jetzt seit der F-Jugend, dass du als Torwart immer, was heißt immer der Depp, aber, ja, gerade wenn man halt einen Fehler macht und dann auch nicht gewinnt, ähm, ist halt immer mehr in Erinnerung als die ganzen vergebenen Chancen der Stürmer, so, man könnte natürlich genauso gut sagen, dass der komplette Angriff von Bayern nichts auf die Kette bekommt, aber stattdessen findet man lieber Ulreich Scheiße, ja, in dem Fall, es ist halt irgendwie so, weiß nicht, ähm, die Mehrheits-, das Mehrheitsdenken, dass der Torwart da dann irgendwie der Schuldige ist, ja, dabei ist halt immer so, es ist halt immer ein Team, es gehört immer irgendwie alles zusammen und wenn der Torwart oder die Abwehr nicht funktioniert und wenn der Sturm nicht funktioniert oder wenn beides nicht funktioniert, dann ist es halt, funktioniert es halt nicht, ja, ähm, das ist ein Team, das muss als Team funktionieren und da finde ich es schwierig, immer einzelne Schuldige zu suchen, auch wenn Ulreich in dem Fall natürlich einen klaren Torwartfehler macht und unterm Ball durchspringt. Na gut, ich also auf 180, Halbzeit, denke mir so, Mann, jetzt steht schon wieder 2-0, trotzdem hatte ich so ein Gefühl, 45 Minuten und Bayern wird sicherlich was ändern in der Halbzeit und eine Sache, ähm, war richtig krass, dann kommt da einfach, äh, Guerreiro zu seinem nächsten Kurzeinsatz eigentlich, aber ein bisschen länger, also die ganze zweite Halbzeit durfte er spielen und Guerreiro hat ja sowas von Dynamik ins Spiel der Bayern gebracht, also da freue ich mich richtig drauf, dass Guerreiro wieder fit wurde und jetzt endlich sich mal sozusagen ins Team einfügt. also Rafael Guerreiro, da müssen wir echt mal gucken, ähm, das könnte echt spannend werden aus Bayerns Sicht noch, was der da so macht. Dann gibt's natürlich einen Elfmeter, in dem Fall berechtigt, würde ich jetzt mal sagen, ähm, weiß nicht, ob, also ich denke nicht, dass das Fanbrille war, der Arm geht halt hoch, der Arm geht Richtung Ball und dann ist es halt ein Handspiel. Videochiri richtig erkannt, Harry Kane, diesmal nicht ganz so sicher geschossen, aber auf jeden Fall sicher genug, damit Blaswig, ähm, trotz Fingerspitzen, den nicht mehr entscheidend, äh, ablenken kann. 2 zu 1, die Bayern generell viel kreativer in der Offensive, Leipzig irgendwie dann doch damit ein bisschen überfordert und dann kommt Sané nach schöner Vorarbeit von Musiala nach einer Ecke von Leipzig ähm, gut durch, ähm, guter Konter und Sané vollendet schön ins lange Eck. Macht dieses Ding, vergangene Saison gab's halt noch Momente, da hätte Sané so ein Ding an den Pfosten geschossen und dann hätte man am Ende 2 zu 1 verloren oder sowas. So machen sie das 2 zu 2 und danach ist es so ein bisschen eingeschlafen, weil beide Mannschaften, glaube ich, mit dem 2 zu 2 in Ordnung waren. Ähm, Bayern hat schon nochmal versucht, irgendwie das 3 zu 2 zu machen, aber jetzt nicht mehr mit vollem Risiko, äh, und, ja, am Ende dann doch nochmal einen Ball verloren in der Nachspielzeit. Da hat dann allerdings Ulreich richtig Eier gezeigt. Ich glaube, der wollte vielleicht seinen Fehler auch wieder gut machen. Ist geglückt, wenn sowas dann funktioniert, bis natürlich auch der King als Torwart rennt dann da raus, ähm, auf den Leipziger, der frei auf ihn zuläuft und, ähm, timet es ganz genau richtig, streckt den Fuß nach rechts und wehrt den Ball dann, ja, relativ weit draußen im Feld, äh, ab, bevor Szeszko war es, glaube ich, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, auf jeden Fall, bevor der Leipziger da dann frei vor ihm steht. Ähm, wenn er das richtig timet, wenn das funktioniert, dann, ja, wie gesagt, ist er natürlich der King. Wenn das schief geht, ist er noch mehr der Depp, sage ich jetzt mal, aber es hat funktioniert und deswegen, Chapeau, dass er da rausrennt, dass er die Eier hat und nicht hinten stehen bleibt und sich nachher überlupfen lässt oder sowas. Ähm, ja, gerade auf so einem Niveau und vor allem auch mit einem Fehler im Hinterkopf, ähm, natürlich ein professioneller Torhüter ähm, kann nach einem Fehler auch sich kurz ärgern, dann abschalten, ähm, und weiterspielen, bis das Spiel zu Ende ist, da kann man hinterher immer noch drüber hadern, aber während dem Spiel sollte man als professioneller Torwart dann schon auch weiterspielen können. Trotzdem ist es natürlich so ein bisschen im Hinterkopf, dass man vorher schon einen Fehler gemacht hat, ein bisschen unsicher dadurch wird, ähm, ähm, dementsprechend erst recht nochmal, ähm, stark, wie Ulreich dann die Bayern nochmal rettet am Schluss, die davor auch noch nach einer guten Flanke von Harry Kane per Kopf, ähm, in Form von Schubo-Moting, das 3 zu 1 hätten machen können, aber der Ball war nicht zu platziert, ähm, nicht platziert genug und deswegen dann Blaswig mit wenig Mühe. Am Ende verdient es 2 zu 2, erste Halbzeit Leipzig, klar besser, auch wenn Bayern da mehr Spielanteile hatte, aber wirklich nicht mehr gefährliche Aktionen. Zweite Halbzeit die Bayern dann besser, am Ende dann verdient es 2 zu 2. Bin ich völlig okay damit, mit dem Verlauf nicht so ganz, aber mit dem Ergebnis schon. und so Bayern also auf Platz 3, liegt aber auch daran, dass die Leverkusener und die Stuttgarter richtig, richtig gut performen. Apropos, jetzt lasse ich den Florian ein bisschen mehr reden, mal gucken, wie viel er aufgenommen hat, was er alles zu Stuttgart sagt. Wir gehen zum VfB mal wieder, der VfB als Bestes zum Schluss. Mal sehen, wie oft wir das diese Saison noch haben. In dieser Saison dann doch wenig überraschend, aber trotzdem natürlich sehr, sehr gut, äh, gewinnt unser VfB Stuttgart, ähm, gegen den 1. FC Köln, der wirklich, ja, sei es, ob es am Trainer liegt oder an den Spielern, wirklich in einer sehr, sehr tiefen Krise steckt. Wobei sie sich, ja, am Anfang sehr, sehr gut eigentlich gehalten haben. Sehr lang ist jetzt nicht unbedingt mega viel passiert, natürlich auch ein paar Chancen gab's. Ähm, bin aber doch dann sehr froh, dass hier der Herr Undaff, ähm, oder die Aussprache kenne ich jetzt auch noch nicht so gut, ähm, ja, letztendlich fit ist und vor allem die zwei Tore macht, ähm, hinten gut, ja, so ein bisschen, sag ich mal, sag ich mal, abstaubt, aber auch einfach am richtigen Ort, zur richtigen Zeit steht. Und ja, der Stuttgart zum nächsten, äh, äh, Sieg vorhilft, also, es war wirklich, ab der zweiten Halbzeit war es sehr, 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 sehr cool anzusehen und ja, VfB gerade auf Platz 2, man glaubt, äh, kann es gar nicht glauben, ähm, aber hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, ist auf jeden Fall, äh, ja, dann auch mal ein posit, noch positiveres Zeichen, dass man mit viel Risiko dann auch Spiele gewinnt und, äh, nicht irgendwie anfängt zu strappeln. Ja, äh, ich finde auch, äh, das Spiel hat vor allem gezeigt, dass Gerasi nicht unbedingt treffen muss, damit Stuttgart sicher gewinnt. Äh, Doppelpack Undaf, Dennis Undaf, ausgeliehen aus der Premier League und das zeigt doch auch, dass der VfB im Prinzip halt elf gute Spieler auf dem Platz stehen hat. Natürlich, Gerasi war auch mit auf dem Platz, war auch gut beteiligt an den Toren, ähm, nicht direkt in der Vorbereitung, aber mal so im Aufbau, vor allem auch beim 2 zu 0, dann den guten Pass nach vorne zu Silas gespielt, ähm, gut eröffnet, aber es muss nicht immer Gerasi treffen. Also natürlich, richtig cool, dass Gerasi da so viele Tore hat, äh, aber wenn dann halt Undaf mal doppelt trifft, warum nicht? Wenn Führig ein Tor macht, äh, sonst wer, ist doch wunderbar. Das heißt, ähm, so viel zu, äh, zu den Spielern. Ich glaube einfach, das System funktioniert echt gut, also mit, äh, ja, hier, ähm, Höneß, äh, als Trainer. Man hat mit, ähm, Nübel einfach, habe ich auch schon öfter gesagt, einen guten Torwart jetzt hinten drin, der nicht jede Woche dann irgendwie drei Fehler macht, so, ohne dass ich jetzt das Böse meine gegen die Torhüter, die davor gespielt haben. Genau, und deswegen auch von mir herzlichen Glückwunsch, zweiter Platz, einen Platz vor Bayern sogar wieder, also wieder eine Tabelle zum Einrahmen, auch wenn es diesmal nicht der erste ist, wie nach dem ersten Spieltag. Leverkusen dann doch noch einen Punkt besser, aber auch nur einen Punkt. Also man ist da wirklich gut oben mit dabei, also richtig krass. Ähm, Glückwunsch, ich freue mich natürlich mit, ähm, am Ende der Saison hätte ich dann doch gern die Bayern 1 drüber, beziehungsweise Bayern auf 1, Stuttgart kann gern auf 2 bleiben, ähm, würde mich freuen. Genau. So viel mal dazu. Das war auch alles, was ich von Florian bekommen habe, und jetzt gucken wir uns, glaube ich, noch die Elf der Woche an, würde ich sagen. Die machen wir in aller Kürze, wir haben im Tor Kevin Müller von Heidenheim, der hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, einige Chancen der Unioner entschärft, deswegen verdient im Tor. In der Verteidigung haben wir Bader von Darmstadt 98, der hat auch ein Tor gemacht. Wir haben Philipp Lienhardt von Freiburg, auch der dieses Mal Torschütze, und hinten hat die Abwehr die 0 gehalten, also einen schlechten Job hat er sicherlich nicht gemacht. Wir haben Lucke Bahr von Leipzig, der hat, ähm, ja, auch ein richtig gutes Spiel bestimmt gemacht, ich hatte da jetzt nicht so den Fokus drauf, weiche Leipzig-Spieler wie spielen, da war ich eher auf meine Bayern fokussiert. Ähm, ja, Leverkusen, Grimaldo, wieder, also Grimaldo, wieder so einen krassen Freistoß geschossen. Auch der, auf den Spuren von Jan-Liklas-Beste, kann man fast sagen, Chapeau, Grimaldo, nicht schlecht. Lennart Maloney von Hoffenheim, äh, von Hoffenheim, sage ich, von Heidenheim, meine ich, auch in der Elf der Woche, also schon zwei Heidenheimer haben wir jetzt hier. Ähm, dann haben wir Leroy Sané von Bayern München, da muss ich sagen, am Anfang, als es noch nicht so lief für die Bayern, hat er auch wieder sein Kopfwissen hängen lassen. Äh, spricht dann aber für ihn, dass er das nicht durchgängig tut, sondern dann doch auch wieder, ähm, durchstartet, und dann, ähm, ja, einen super Auftritt hinlegt, vor allem in der zweiten Halbzeit. Äh, Marvin Mehlem von Darmstadt, auch in der Elf der Woche. Grifo von Freiburg, bereits angesprochen, ein Tor, eine Vorlage. Dann haben wir Dennis Undaff, Doppelpack, Note 1, für den VfB. Und Alain Sampleyar, auch der mit einem Doppelpack, gegen Bochum mit drin, auch das habe ich schon angesprochen. Das noch zur Kicker-Elf. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuhören bei euch. Nächstes Mal ist der Florian dann sicherlich auch wieder hier persönlich mit dabei, dann können wir uns da wieder besser austauschen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch diese hier, ähm, ja, ein bisschen improvisierte Ausgabe. Besser als nix, würde ich mal sagen. Ähm, ja, und dann ist an dieser Stelle der sechste Matchday vorbei und wir freuen uns auf den siebten. Champions League ist auch noch, vielleicht, ähm, gibt es ja auch wieder spannende Dinge, über die wir sprechen können, aber primär freuen wir uns natürlich auf den kommenden Bundesliga-Spieltag. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Mal.